Moin. Oh, Entschuldigung, meine Kampfkumpel Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Arc-Ascendent. Ihr wisst, was ich meine, ihr Lieben. Es ist soweit, wir haben endlich Brunhilde, unser weibliches. Ach du, das ist auf Level 79 gesprungen. Achso, nee, du bist ja was anderes. Ja, wir haben sie und guckt mal, was ich in den Händen halte. Ein Dodo Level 45 gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, was du für ein Level jetzt zum Schluss hast, deswegen muss ich mal kurz gucken. Ich habe ihn noch nicht benannt. Wo bist du? Dodo 67, männlich. Wir haben Beutelchen einen Partner verschafft und jetzt müssen wir erst mal Brontoline, Brunhilde Richtung Heimat bekommen. Ich war währenddessen auch sehr fleißig und habe, falsches Fach, und habe sehr viel Eisen geholt. Besser gesagt Eisenerz, damit wir anfangen können, dann Sattel zu machen von den Venus, die wir brauchen. Ja, komm mit, Brunhilde. Wir bringen dich jetzt erst mal nach Hause, du High-Level-Dings. Ich will nicht wissen, was für Dinos es noch existiert mit Levels. Vielleicht noch ein Level 60. Vielleicht auch ein bisschen höher. Müssen wir mal gucken. Ja, unser Rainer ist ein bisschen langsam. Was krabbelt denn da? Ich habe da gerade irgendwas Großes krabbeln gesehen. So, wir müssen hier lang. Glaub ich. Äh, nö, wir müssen eins weiter, sorry. So, Brunhilde, komm. So, dich dürfte eigentlich nichts umlieben mit deinem Level. Warum die mich auch immer angreifen müssen. Ja. Kleine Rexy ist voll. Deswegen besonders viel. Weg mit der Haut. So. Oha. Woher kommen denn auf einmal die ganzen Du... ...die ...die sind ...die sind ... ... ... ... ... ist das der weg ja das ist der weg das ist ein bisschen schräg aber okay rechts treibers heute schon mal alles vor damit sie durchkommt und dann werden wir ganz gemächlich ja was guckst du denn ganz gemächlich eisen ok Okay. Komm. Sind wir eigentlich auf den richtigen Weg? Ja. Der kam mir nicht so lang vor. Jetzt kommt er mir auf einmal sehr lang vor. Ja, ist ja gut. Du kommst gleich zu dein Weibchen. Nee, Quatsch. Wer war noch mal Tee und wer war noch mal Beute? Habe ich das Männchen dann Beute genannt? Ich weiß es nicht. Du heißt einfach Tee. Akzeptier es. Was? Was guckst du so? Was guckst du? Mit Stress? Oder so? Ich glaube mit dem, was ich geholt habe. Aber am Strand bekommen wir wirklich sehr, sehr gut Eisen. Von den kleinen süßen Steinen. Ja, du fachst das schon. Was wollte ich sagen? Ich glaube, wir werden es schaffen, ihr noch einen Sattel zu machen. Und noch für die Ankylos. So gut, wie wir geholt haben. Lichtgeschwindigkeit. Ich hinterfrage nichts mehr. So, Schatzi. Du bleib erstmal hier stehen, weil du wirst mit dem Kopf garantiert da reinglotzen. Oh nein, jetzt wollten wir die Remedie mehr machen. So, Rainer ist noch immer noch auf neutral. Passiv. Passiv. Das war's für heute. So, jetzt dürfte er nichts mehr frissen. Jetzt ist er rammelvoll. Geil. So. Autsch. So, guck mal. Ich hab zwei Männchen gesammelt. Gut. Dich mach ich mal. Verhalten. Auf. Neutral. Ist doch. Ernten. Nein. Und seid ihr denn alle losgegangen, sagt mal? Ach, ihr wolltet garantiert ernten? Nein. Neutral. Meine Fresse. So. Ich packe ich erstmal. Schreck mich doch nicht so, ihr Doof-Eier. Äh, sie ist auf neutral. Erntefunktion nicht gegeben. Dann. Kleine Rainer, gib mir mal die ersten. Ich brauche Holz. Ganz viel Holz. So, die packe ich mal hier rein. Plus das hier. Wie viel braucht denn so ein Ofen? Ich weiß nicht, ob ich das ignoriere oder machen soll. Hallöchen. So. Wir werden. Klammern. Die tollen Freunde. Hier mal reinpfeffern. Hab ich hier Stein zufällig? Wie viel brauche ich denn für den Stein? Fasern, Holz und Dings werde ich haben. Ich brauche einfach nur Stein. Ich mach mal euch in Sicherheit. Ich hab gerade so viel Stein gesammelt, ne? Und irgendwie gefühlt ist hier kein Stein nachgewachsen. So. Wartet mal. Ich werde einfach mal Pepper auspacken. Damit wir kein Pepper mal... Oh, ich sollte mal jetzt zwischendurch speichern, ne? So, Mädchen. Du kommst mal mit mir mit. Äh. Greift mal jetzt hier an. Gut. Angriff, natürlich. Jetzt sind wir wenigstens ein bisschen schneller unterwegs. Ich hab' ich gar nicht mehr. Du kommst ja. Hm. Hm. Hallo? Guck. Ja. 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 ein wie die allgemeinheit nicht geschwindigkeit so gleich erst mal raus dann werden wir uns noch einen zweiten ofen hinstellen ich dass ich mal kurz rein weil du bist gefressen so sehr schön wir nehmen einmal dass das das und das und wenn noch eine hinstellen ich würde es gerne drehen die war noch mal drehen sehr schön haben hälfte habe ich das von ich bin voll ich bin voll ich bin leicht oh gott ich muss das noch ein machen so also hundert noch was stück müssen wir müssten wir eigentlich da raus bekommen die brauchen noch mehr holz nein das wollte ich nicht warum ist die maus immer noch so jetzt reicht das kamera mache auf zwei runter für ganz alte 15 stück haben wir hier und pronto 40 1 ach ich kann nicht drauf sitzen komm her komm her nein das war fein das ganze schon durchgelaufen okay so durchgelaufen mir ist heiß pronto brunhilde guckst du an oh ja wisst ihr was sie jetzt machen können alles abgrasen so dann bekommen wir immer ein bisschen holz weiter glaube ich bekomme ich hier nichts uff die level schon sehr schön wisst ihr was das bedeutet schwarze bären in hülle und fülle bären allgemein in hülle und fülle es geht voran ich hoffe dass viel meint nicht mich gerade so mein freund wir nehmen das mal und das 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 schädige nehmen wir mal nein das wollte ich nicht und viel da kommt sehr viel so packen wir erstmal rein so 100 stück brauchen wir das kann ja ein spaß werden so was wir jetzt eigentlich noch holen müssten an kino wie sieht es denn hier mit dem fahrgleichheitsbedingten sachen aus viel mehr fleisch so wie ich laufe komischerweise gerade weiter wir werden gleich mal losziehen und gucken ob ihn an kül oder kub bekommen ich glaube er sagt mir max level von links ist nicht erreicht da und kann das sein was geht hier ab es freut sich jedenfalls so die dodos aber dann so das ist auch immer für ein dino ist also 45 so was machen wir wie speichern so wir müssen produzieren keine bär an mir Ich überlege, ob wir uns erstmal an Kühlosatte und Co. machen. Vielleicht werden wir einfach mal losziehen. Rexatte können wir Pronto, Castorreude ist immer noch nicht. Die beiden sind ja okay. Ich guck mal. Du bist neutral. So, Brunhele. Ja, guck, die müsste ja halbwegs sicher hier sein. Wir gehen nochmal kurz gucken, ob wir vielleicht irgendwas finden. Was ein Ankylo oder Knutschkugel ähnlich ist. Ja, ich guck mal kurz. Ja, ich guck mal kurz. Ja, scheiß. Lass mich vor die Füße, mein Freund. Oh mein. Männlicher Eiferex. Der ist mir zu nah an meiner Base. Ich hoffe, Rainer schafft das. Aber hübsch. Aber hübsch. Das wird ein Untergang sein. Stamina recken. Stamina recken. Stamina recken. Ich muss ihn gleich haben. Das ist er noch. Oh Gott. Das schafft Rainer nicht. Gut. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Oh. 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 Fuck. ich dachte gerade ich habe reiner gerade wirklich sterben sehen und das ist sehr sehr knapp gerade reiner es ist mein kind du hast die base gerettet ich brauchte einen stritten besseren dino äh besseren rex der war mir aber zu nah an der base ich musste ihn töten aber hübsche farbe muss man schon sagen sehr hübsche farbe es so viel du willst mein kind ein level für sowas ich dachte gerade wirklich reiner geht drauf ne dann hang ich fest ich kam nicht vorwärts ich kam nicht rückwärts ich werde hier keine ankylos finden wir dürfen ja nicht vergessen reiner ist kein high level aber der schlägt sich irgendwie durch weg was hatten da oben den sieht aus wie ein dvd flug die fuhr lang heiz nummer zwei auch nicht schlecht aus hübsche farbe hier waren eigentlich archies glaube ich unterwegs oder irgendwas anders war hier oh schätin da ging mir echt die düse gerade und ich glaube vor mir ist eisen ich glaube die mietze katzen wären eigentlich woanders aber okay ich glaube ich werde mit reiner erstmal nach hause gehen ach du heiliger das erstmal weg ich würde sagen ist das ein raptor dabei gerade entgegenkommt haben wir irgendwie klar dass hier irgendwas anderes ist ich dachte eigentlich art schieß aber args fliegen ja eigentlich auch um glaube ich oder sind die karte leicht sie haben die karte gleich verändert und die fliegen jetzt woanders das war knapp gut kommt unsere jungs und mädels wir stampfen meine runde nach hause wir werden uns später um einen an kühle kümmern oder die knutschkugel dann können wir wirklich wie gesagt endlich anfangen zu bauen was sehr wichtig ist ich wollte schon sagen greift mich jetzt bloß nicht an nur weil ich zugucke vielleicht sollten wir hier oben irgendwie ins gebiet rum streifen hübsche farbe aber nein ich habe genug von euch 310 oh pippala sorry 1 Dego 1 Dego lass mich mal hier durch platz da wir können wirklich von glück sagen dass reiner doch eine ziemlich gute stamina hat ich dachte ich würde reiner verlieren ich hatte so eine schiss nach dem tragischen tod von teebeute und stego stella stego stella darauf esse ich erst mal oh falscher knopf hast du fein gemacht guck nicht so reiner versteckt sich gerne mein gott am ende des universums ist das hier gott hört sich an wie ein alter dieselmotor hä will ich doch gar nicht hier ähm nein das wollte ich eigentlich auch nicht so das 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 nein das wollte ich eigentlich auch nicht ich wollte die teile die irgendwo mit reinpacken füllen so bitte wir können katz reudes oh kacke warum geht zu deinem bruder spiel ne runde alles klar ihr lieben ich würde sagen ich werde hier ein folgen kräuschen machen ich werde erst einmal dann gleich wieder eine runde stein sammeln oder hat die stein hier drin bisschen cement machen und dann können wir den kaste reudes machen zehn stück wie viel brauche ich ich kann meine runde stein sammeln meine lieben vielen dank fürs zusehen und bis zur nächsten folge ciao